Es gibt zwei Befehle, um Daten in Datenbanken zu löschen. Der erste Befehl ist Delete. Der zweite Befehl heißt Truncate. Welche dieser beiden Befehle ich nun für das Löschen von Daten verwenden soll, diese Frage möchte ich nun beantworten. Sehen wir uns zu Beginn den Befehl Delete an. Dieser löscht Datensätze nach einer erfüllten Bedingung. Das bedeutet, ich kann den Befehl Delete were Produkt gleich Fahrrad ausführen und es werden nur die Datensätze mit dem Produkt ist gleich Fahrrad gelöscht. Des Weiteren löscht der Delete Befehl jeden Datensatz einzeln und protokolliert diesen Vorgang. Ein Vorteil ist, dass ein ausgeführter Delete Befehl wieder rückgängig gemacht werden kann. Des Weiteren setzt der Delete Befehl die Identitätsspalte nicht zurück. Das bedeutet, diese Spalte wird weiter zielen. Als letzten Punkt muss angemerkt werden, dass der Delete Befehl mehr Ressourcen beansprucht. Sehen wir uns nun das Gegenüber den Truncate Befehl an. Hier werden alle Datensätze gelöscht und diese sind nicht nach einer Bedingung geknüpft. Das bedeutet, ich kann eine Workclause nicht verwenden. Ich kann jedoch die Daten wiederherstellen, wenn der Truncate Befehl in einer Transaktion ausgeführt worden ist. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist, dass die Identitätsspalte zurückgesetzt wird. Das bedeutet, diese steht wieder bei 0. Als letzten Punkt kann angemerkt werden, dass der Truncate Befehl schneller ist. Und das ist auch mein Fazit, wenn man wirklich sicher ist, dass man alle Daten löschen möchte und keine Fremdschlüsseln in dieser Tabelle vorfindet, dann empfehle ich den Einsatz eines Truncate Befehls. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir bitte einen Kommentar. Ich freue mich über Abonnenten. Tschüss und bis bald.